Hallo meine Kartoffelfreunde und die Kamera muss erstmal scharf stellen, sie stellt nicht scharf, sie stellt nicht scharf, hallo, jetzt hat sie mich scharf gestellt, gut, uh, ich bin auf Windows-Taste gekommen, so, ähm, wir waren jetzt letztes Mal dabei, hier den Shit hier wieder hochzubauen. Ja, also ich hab, ist das Fichtenholz, ich weiß es nicht, oder ist das Eichen? Ne, passt. Ja, bastel mal bis runter, so, okay, gut, hast du Leitern? Ähm, ja. Gut, wie viele? Drei Stück. Ja gut, eins, zwei, drei, passt doch. Gut, dann hoch da, so, ich würde sagen, hier haben wir das Eisen. Ähm, hier haben wir die Kiste, da packen wir jetzt nochmal alles rein, hast du noch Sachen, die wir da reinpacken können? Ähm. Also wir haben rausgefunden, dass, ähm, wir haben rausgefunden, dass, nö, das kann alles da in die Kiste rein. Ähm, wir haben rausgefunden, dass Domse und das andere Team da sich schon angefangen haben zu bekriegen. Wir halten uns da ganz geschickt raus, ich nehm die Waffe schon mal mit. So, Rotten Flash kann auch weg. Das kann auch schon in die Kiste, zack. Und ja, wir werden jetzt noch einmal ganz kurz diese Folge Rohstoffe sammeln, dann werden wir noch ein paar Waffen machen und dann werden wir, denke ich, auch mal in den Krieg ziehen. Und sie vernichten, schlagen! Okay, wir brauchen ganz viel Eisen, komm. Dann ab jetzt in die Höhle und... Ja, dann müssen wir die Fackeln wegmachen. Mach die Fackeln weg. Weil... Nicht, dass man das dann sieht, weißt du, dann sehen die... So vom Ding her fällt das nicht ganz so stark auf. Ich hab halt für die Nacht jetzt den Shader rausgenommen. Nur, von beiden sieht das echt nicht heftig. VNVIDIA, OpenGL, bla bla bla. Okay. Minecraft ist abgeschmiert. Gott. Ähm, ihr werdet jetzt hier wahrscheinlich... Ja, ihr seht hier nur einen schwarzen Screen, der wird sich jetzt gleich wieder öffnen. Minecraft wird sich sofort wieder öffnen. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Ah, jetzt. Hat sich geöffnet. Gut, warte, gleich müsste OBS das noch wieder erkennen. Und dann müsste eigentlich alles wieder tutti-für-üsi sein. Hinten ist schlicht, aber da war ja, glaub ich, die Lava, gell? Mhm. So, da bin ich wieder. Oh, das seh ich nicht. Joint Server. Ah, da, ah, ah, da. Ja, ja, ja. Ich bin wieder... Oh, der Shader ist noch an, den will ich aber ausmachen. So. Ähm, ich bin dafür, wir gehen über den Berg. Wie über den Berg? Wir haben schon wieder so wenig zu essen. Ich hab noch viel Fleisch. Ja, ich hab noch zwei. Also, ich würd gern hier über den Berg gehen. Ja, okay, mach mal. Weil in der Höhle waren wir ja jetzt schon. Da ist ein Zombie. Oh. Boah. Alex. Hm? Wenn wir die finden, wär's jetzt nicht so tragisch halt. Wir haben nur eine Waffe, das ist das Problem. Ja, eben. Okay, hier würd ich nicht runtergehen. Was, was wollen wir mit einer Waffe? Kann man nix reißen. Ich kann nur zugucken. Das bringt gar nichts. Ja, aber das machst du ja sonst auch immer nur. Oh, 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 hier, 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 hier. Kohle brauchen wir relativ eigentlich wenig, gar nicht, weil wir davon so viel haben schon. Ja, wir haben noch genug, würd ich mal. Oh, hier ist nix. Dann würd ich sagen, schnapp ich mir die, obwohl, obwohl doch, ne. Nimmst du die Kohle da oben mit, dann kann ich die hier unten einnehmen. Mitnehmen, nicht einnehmen. Oh. Mir ist richtig warm, so Angst hatte ich gerade. Hm. Ich hab, ich hab grad auch mit den eineinhalb Herzen, Alter. Mitten zum Schluss, ey, das hätte nicht sein müssen, Digga. Also ich hoffe, wir haben, also wir sollten. Wir sollten die wichtigsten Sachen, wie die Waffen eigentlich immer mitnehmen. Das wäre am schlauesten. Ja, klar. So, ich bin, ähm. Warum hab ich überhaupt Kohle abgebaut? Brauchen wir da eigentlich gar nicht. Why not? So, bin wir da oben. Ja, ich bin auch auf dem Weg hier. Ja, ich seh dich. Also die Map ist ja begrenzt durch World Border. Off ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann finden wir mehr. Was ist wieder Tag, dann kann ich den Shader ja wieder reinhauen. Ja, aber wenn wir zu weit gehen, fliegen wir auch raus. Oder, keine Ahnung. Wird uns ein Leben abbezogen, keine Ahnung. Ne, ne, wir fliegen nur zurück. Das ist so eine Wand, die haut uns dann nochmal zurück. Ja, ja. Hier, das Oakwood kannst du mitnehmen. Ich bin ein bisschen schneller als du, habe ich das Gefühl. Boah. Das war, glaube ich, auch eine Eisen, oder? Ja, aber du hast dich ja erstmal eine Stunde durch den Baum gekämpft. Ich bin einfach von unten und hab mich runtergebaggert. Ne, ne, ne. So. Okay, gut. Weiter geht's, komm. Wo bist du? Nach da oben. Gut, dann baue ich ihn halt nicht ab. Oh, Alter, was ist denn da schon wieder abgeschmiert? Das ist sehr gut. Vor allem, wenn ich jetzt jemanden treffe. Ja, ich weiß nicht, wo daran das liegt, um ehrlich zu sein. Da hab ich auch keine Ahnung. OpenGL, bla bla bla, hat einen Fehler festgestellt. Ich werde jetzt den Shader mal auslassen. Option. Shader None. Also eben in der ersten Aufnahme hat es ja noch funktioniert, deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Naja. Gehen wir wieder drüpf und dann wird das schon laufen. So. Die denken sich jetzt wahrscheinlich auch, was ist denn los mit dem? So, 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 so. Au. Ah, ich bin tot. Ah, nein, Spaß. Mach keinen Scheiß. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen eine Höhle. Menschenskinder. Hier, du siehst, ist einfach nur ein gigantischer Bärsch. Oh, ich will den Shader wieder reinhauen. Und ich fühl mich so schlecht ohne Shader. Da hinten. Hier, hier, hier oben. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Da hinten ist eine Höhle. Wow, du und dein Abbauen, ne? Das dauert viel zu lang. Kann man ja auch einen anderen Weg suchen, aber ich will halt Chili-Vanili machen. Wow, ja, ja, genau. Komm, beweg dich. Bin doch da. Wir sind im Krieg. Wusstest du, dass es auf Spotify jetzt Hörbücher gibt? Nee, wusste ich nicht. Es gibt das Spotify jetzt Hörbücher. Okay, ja, ich habe ja vorhin eine Kostprobe bekommen. Hm. Hm. Hier ist echt gar nichts, ne? Nee. Wow, du und dein hässliches Gebuddel, ne? Gefällt dir doch, gibst du. Das bringt dir rein gar nichts. Oh, da oben können wir auch hin. Ah, ich habe für alle die... Zack, zack. Aber hier ist überall kein Eisen, das ist das Problem. Kannst du wieder runter. Okay. Also ich will nur Eisen, mehr will ich doch gar nicht. Wir brauchen Unmenge an Eisen. Sonst müssen wir wirklich zurück zu der Höhle, wo ich... Au. Die wir schon gesehen hatten. Au. Mensch. Pass mal ein bisschen auf. Hm. Wo ist eigentlich home? Hinter uns. Wir entfernen uns gerade davon. Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück zum Haus und gehen dann suchen da die Höhle wieder ab. Das ist ja nicht normal. Oh. Oder? Oder? Na, das ist auch nichts. Bestimmt haben die alles abgebaut. Näh, das würde man sehen. Ich brauche auch wieder was zu essen. Oh, das ist doch beschissen. Wie schnell ich hier Hunger kriege immer. Du rennst halt auch viel zu oft. Ja. OpenGL. The NVIDIA OpenGL detected a problem with the display driver that is unable to continue. The application must close. Was ist denn das? Ja, ich hoffe, die Folge ist gleich vorbei. Dann können wir das nämlich mal gleich klären. Mal fixen. Du alter Zipfelklotscher. Ja, das ist echt nicht nötig, ey. Warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung. Aber warum gibt es kein Schafsfleisch? Hm. Keine Ahnung. Wer scharf, haben wir hier genug? Dann kann ich den Schäler. Joinet der Game. Ja, dann mache ich vielleicht, ähm... Kann ich hier irgendwas wieder ausmachen? Nö. Dann müssen wir jetzt erstmal so weiterspielen. Wir brauchen was zu essen, zu essen. Wuii. Mann, 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 ey. Ohne Scheiße, wir müssen echt was zu essen finden. Das ist immer so schnell weg, ne? Ja, bei dir. Ja, ich bin aber auch um einige schneller unterwegs als du. Ich spring halt gerade auch nur. Ich will schon hin. Eisen suchen. X-Ray und so. Hm. Oh, vielleicht finde ich ja irgendwas. Hast du die Fackel da hingeholt? Ja. Da ist ja... Ich habe mich gerade voll erschrocken. Dann bäuch ich es halt wieder ab, wenn du wieder rausgehst. Da ist eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Gib ihr. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe keinen, äh... Ich kann nicht mehr laufen. Gleich. Da ist noch eine Kuh. Ich habe noch drei Fleisch. Ja, die kannst du mir gleich geben. Ne, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel. Drei. Achso, ja, dann ist doch eins. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Kühe hier mit. Oh Mann, schon wieder dieser scheiß Error. Was ist denn das? Ich weiß, das ist nicht. Wo ist die Kuh hin? Oder hast du die noch gekriegt? Ich habe beide noch getötet. Ah, okay. Alles klar. Gut. Ja, ich habe hier schon gerade eine Seite aufgemacht, wo ich, ähm, die Debugfixes sehe. Minecraft Open GS Error, GL Error, so. Wo bist du? Ich bin da ganz oben dran. Da hinten ist noch eine Kuh. Ja, gib mir was zu essen, bitte. Einer reicht mir. Hä? Hat jetzt zwei gefüttert. Na gut. Wo ist eine Kuh? Da oben. Direkt vor dir. Ja, ich sehe sie. Mach du das zu, du bist da sicherer unterwegs. Als ich. Oh. Rindvieh erschossen, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, Alter, was geht denn jetzt ab? Das ist ziemlich laut, oder? Mhm. Das ist übertrieben. Guck mal, das Haus fällt kaum auf. Null. Ja, okay, gut, so. Dann lass uns wieder zurückgehen hier. Vielleicht kann ich, ähm, Open GL einfach mal fast machen. Vielleicht, ich weiß nicht. Es gibt eine Einstellung hier bei Open GL. Also mit Open GL. Vielleicht, wenn ich die anmache, vielleicht ist es dann besser. Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal zum Haus hier. Und gucken, was das hier so, was hier so abgeht. Erstmal das Fleisch instant braten, Bruder. Hä? Ach, das hab ich reingepackt. Äh. Was liefst du denn? Ein Abfluch. So. Ich hab jetzt Raum bei. Ja, wir haben immer noch nicht viel Eisen. Wir müssen gleich Eisen suchen, auf jeden Fall. Wir sind bei 13 Minuten. Die Folge wird auch gleich ihr Ende nehmen. Okay. Wir haben immer noch kein Eisen gefunden. Das fuckt mich ab. Wir gehen einfach in diese Mine, wo wir am Anfang drin waren, ne? Hm. Wir gucken da wieder ein bisschen rum. Mhm. Und Rotten Flash können wir behalten mittlerweile. Das ist... Ein bisschen hilft das auch gegen Essen hier. Äh, für Essen. Da. Mhm. Das Licht hab's dir hingelegt, elf Stück. Aber die sind doch vergiftet. Nee, die sind nicht alle. Die sind nicht alle. Also nicht alle, sondern einzelne Frauen. Vergiften dich nicht. Und im Endeffekt kriegst du mehr Hunger, als du, ähm... Äh, als du verlierst. Nein. Interessant. Im Wehen immer... Ach, vergiss. Komm einfach mit. Ja. Bin dabei. Tut, 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 tut. Die Höhle ist, glaube ich, unser einziger Zuflussort. Shader. Aus. Minecraft. Tschüss. Ja. Macht er wahrscheinlich gleich wieder. So. Wir bleiben aber diesmal zusammen. Nicht, dass wir wieder verrecken. Rechts ist es dunkel. Wollen wir gehen wir rechts rum? Lass rechts rumgehen. Ja. Das letzte Mal, das war ja nur wegen der Maus. Okay, ja, dann haben wir mehr als gern noch. Wollen wir hier runterrutschen? Hui. Pass auf, bleib bloß im Wasser, bleib bloß im Wasser, bleib bloß im Wasser. Ich sag auch noch, bleib bloß im Wasser. Ja, ich hab nichts gesehen. Du, pass auf, hier ist, äh, Eisen. Schön, dass du das eine Stück der gesehen hast. Ich seh gar nicht, ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin hinter dir. Ach da. Hier. Ach da. Ich weiß nicht, ob ich die... Pass auf, Mann. Ich hab eh schon gesagt, wir bauen uns ein Dinger. Hier, komm, jetzt komm ich dir am Rand. Einen, wie heißt's? So. Okay, hier ist gar nichts, hat sich gar nicht gelohnt, ey. Voll scheiße. Pass auf, dass du nicht in die Lava gehst, ne? Ja, ja. Ich bringe nicht um, wenn du da reinläufst. Was hättest du gesagt? Ich hätte eh gesagt, wir machen uns mal Eimer und dann packen wir da Wasser rein, falls wir irgendwann mal angezündet werden oder so ein Creeper. So, Schießpulver hätte ich gebrauchen können. Naja, YOLO. Also hier ist diese Schlucht, hier ist eigentlich auch immer relativ viel Eisen, beziehungsweise Rohstoffe. Da ist, guck mal, schon erst. Hier überall. Das können wir jetzt alles mit weg snacken, komm. Brauchen wir alles. Dann machen wir eine zweite Waffe für dich und ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt los, oder? Jo. Weil wir können ja nicht das alles mit uns machen lassen hier. Dass die anderen schon kämpfen und Spaß haben ohne uns, das geht ja gar nicht, Digga. Lass die sich doch bekriegen, ein bisschen Leben wegnehmen und dann... Stauben wir ab, ne? ...nägen wir uns den Sieg. Ja, abstauben ist immer gut, ne? Schau noch mal, Snäger. Ne, aber hier habe ich... Hier konnte ich reingehen. Wollen wir hier rein? Jo, mach mal mal. Ja, hier ist auch nicht mehr viel. Ne, hier ist gar nichts. Gut, dann wieder raus. Udi. Hier ist Eisen. Ja, dann bau ab. Ja, ich... Auch gar nicht mal so wenig wieder. Also wir brauchen 20... Ne, 10 oder 20, ja. Kommen gleich 100. Lass mal weiter unten lang gehen. Jetzt, wo ich es eingestellt habe, rastet er nicht so aus. Na, ist doch gut. Komm, ich gehe wieder runter, ne? Hm, 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 hm. Also ich... Ich sehe dich. Ich habe das Gefühl, dass wir hier viel... Ach nee, von hier kommen wir. Dass wir hier auch auf irgendwelche Gegner treffen könnten. Ich weiß nicht, weil die Schlucht ist ja... ...zieht sich ja ziemlich lang, weißt du? Hm. Kann schon sein. Okay, komm, wir gehen hier unten in die Ecke. Komm. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Bin auf dem Weg. Also, Freunde. Schnell. Selfie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.